Folge 5. Hoch hinaus mit Luigi. Wartewolkengalaxie mit 3 grünen Sternen. Alter Schwede! Alles klar! Und los geht's! Yeah, yeah, yeah! Wie mir dieses Tutten auf die Senkel geht? Der darf der Schalk heissen, oder? Ich bin ja jeder Schalk heissen Typ. So, grünen Sternen, wo seid ihr? Ah, da hinten sie ich bereit sein. Äh... Wah-Hu-Wah-Hu-Hu, Wahu-Wah-Hu-hau-Hu. Äh? Was... fragtūnei? Äh... Hättem nicht hierober mehr... ... da ist ein grüster Stern! Äh... dann kann ich ja ganz leicht. Na klar, direkt am Anfang des Levels ein grüner Stern. Oh, Mann ey. Ja, so lieb ist das. Und die Sternteile-Farmen. Darin bin ich Meister. Oh ja, oh ja, oh ja. Ich bin der King im Ring. Oh ja, ja, ja. Komm runter, Mann! Und bang, ich habe mich zertätscht. Yeah, yeah. Sternteile zu mir, zu mir. Alle nur zu mir. Yeah, cool. So, wo ist jetzt die Wolke? Hier ist sie ja schon. Ja, ich weiss, ich kenne das. Kein Problem, ich muss noch ein bisschen abwarten bis ich da durchgekommen. Wow. Und jetzt hole ich mir den Stern. Oh, so ziemlich weit oben, wa? Drei Wolken müssen eigentlich genügen. Warte mal. Ich bin doch blöd. Ich habe doch hier bereits eine super Anlauffläche. Genau, das hat er noch gemeint. Wahoo. Und ist bald da. Oh oh. Und da ist er auch schon. Der grüne Stern. Nummer eins. Ja. Ey, das war das hier oben. Hab ich auch gerade gesehen. Haha. Mensch, geht das schnell mit den grünen Sternen. Ist der kaum zu fassen. Also weiter geht aber das Let's Play in zwei, drei Wochen durch. Naja. Ja. Ich sage jetzt mal den grünen Sternen, weil das Let's Play dauert sich noch länger. So. Und sich als halber bei dir noch ein paar. So. Sternenteile ablagern. Mal achten. Ist das geil. Ja bitte. Einlagern. Ich frage mich trotzdem. Ey, wie soll ich bloß jemals auf über 9000 kommen? Alter Schwede, bin ich ja sicher zwei Wochen lang nur am Sammeln. Sagen wir mal 10-20 Folgen lang nur am Sammeln. Nee, das kann ich doch nicht bringen. Das muss schneller gehen. Aber egal. Erst noch bei den grünen Sternen. Ja, Nummer eins am Sammeln ist eigentlich logisch. Da ist ja der am Anfang war. Ah yeah. Nummer zwei. Ja, ich weiß. Da hinten ist ein und da unten noch. Und den hole ich mir jetzt auch gleich. Natürlich erst mal den da unten. Sprich, der da, der irgendwo da hinten war. Oder doch da hinten wäre einer gewesen. Äh. Ja, komm runter. Gut, nicht ausgelöscht. Wo war jetzt der zweite? Achso, da oben. Meine Fresse, wie komm ich denn da hin? Achso, dann da auf Weitsprung und dann, ja. Kein Problem. Auf einsammeln. Das ist dann auch kein Problem. Ja, und das sieht jetzt ein andern aus. Ob der da oben war, dann müsste ich da hoch noch. Mal schauen. Und schon bin ich da. Du, 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 du stechst mich nicht auf. Es ist aber keine Zeit für dich, und natürlich verschwinden alle gleich, man ist das geil. So, jetzt hier aber keine, verbrauchen keine Wolken, ist nicht nötig. Okay, hier vielleicht schon. Ja, und hier ist es nötig. Noch den auslöschen. Ups, noch gar nichts. Du aus, meine Wolken ist weg. Das büsst du mir. Bäm! Ja, so mach das! Fahren! Oh yes, so fahren! Noch kurz abspeichern! Ching ching! So, mal kurz gucken. Und hui! Ja! Das war jetzt schlecht, oder? Natürlich! Moment mal kurz, Moment mal! Hilfe! Ich kann gerade die Kammer nicht bewegen, was soll das? Scheiss! Hä, hier umgibt die Kamera nicht? Willst du mal verarschen, oder was? Ah, hier hinten wieder. Ja, da hinten. Hm. Dreifach Jump. Dreifach Jump. Ja, ich weiss, da Wolken nacheinander. Äh, ja. Mann, was soll der Scheiss? Ich will doch nur einen Dreifach Sprung. Ja, so natürlich nicht. Zumindest kann ich mir hier oben immer neue Wolken holen. Ja, zum Glück. Mann! Alter Schwede! Ich krieg keinen Dreifach Sprung hin! So, jetzt aber. Natürlich geht hier auch nicht. Haha! Ausgetrickst! Blöde Kameramann! Jaha! Jaha! Pfff! Alter Luigi, hey! Du musst dringend ein paar Freudesschreie von deinem Bruder abschauen! Kann mal Spaß an, hey! Luigi klingt, als hätte er eine zu enge Hose an! Juhu! Juhu! Mann, Hose ist zu eng! Und Brief? Kein Brief? Alles klar! Wow, wow, wow! Yeah! Juhu! Wahoo! Ne, ju! Und der letzte gute Stern noch und dann würde ich noch mal sagen, wenn ich für lang sind für heute die Aufnahme, guck mal schon auf die Uhr. 29 bereits, ja, es könnte umfänglich kommen. Ah, also natürlich auch 29 Uhr, hm, ist klar. 29 Uhr und 3 Minuten haben wir es jetzt. Ja, ja, nee, natürlich nichts. Der hoch kommt ist ja keine Sache, vor allem nur gerade, was jetzt der Link oder der Recht wo ich jetzt hin muss. Ah, immer so schwierig. Sternen teilen zu mir! Brav, ihr alle folgt. Sie folgen nur meinem Befehl. Alle Sternteile legen hoch in mir! So! Jupp! Hat sie unten noch ein paar? Ne, leider nicht! So, jetzt die gute Frage, wo muss ich genau hin? Ich gehe erstmal da rüber, weil ich das Gefühl habe, es könnte da oben sein. Zumindest nicht überraschend. Oder ist es da oben? Dann bin ich falsch, oder? Äh, jetzt! Ich möchte nach oben schauen! Verarsch mich doch noch! Komm schon nach oben gucken, wo noch erlaubt sein! Ah, jetzt! Äh, da fliege ich jetzt irgendwo ins Nirgendwo hin, also da rüber, da will ich ja nicht. Ne, ich muss da hochfahren. Ja! Ja, irgendwo da oben ist das! Puh! Na schön! Äh, bis riskant war, aber ich ist Kiosk! Freier Fall aus 10.000 Meter Höhe! Autsch! Das mir dabei nichts tun! Das ist auch ein Weltwunder! Ja, hier drüben, ich komm mir schon, Mensch! Nun nicht immer so eilig! Halt, ich sitze! Und schon bin ich oben! Over den Wolken! Äh, über den Wolken, wollte ich gerade Englisch singen? Ich kann doch gar keinen Englisch, Mensch! Oh, was wäre das schon wieder? Über den Wolken sind die Schatten Marios so grenzenlos frei! Dabei sind es eigentlich die Schatten Luigi's, die mir gehörig auf den Sender gehen! Soll ich bloß machen! Oh, schon vorbei! Schade! Wollte ich ein bisschen weiter singen! Aber ist ja nur halb so weh... Bild und... CHECKPORT!!! Oh! Äh, ja! Lapp neben ist auch vorbei! Jetzt hier noch, dann. Du, 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 dann kitten! Du, du... Alter, lass mich mal im Ruhefahren wieder! Scheisse... Oder ist es hier oben? Wieso soll es sein, oder? Wow! Hab ich gar nicht gesehen, ey, voll lauter Blumen! Mann! Da sind mir das Boden nicht mehr vor Augen! Autsch! Äh... 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 Ich weiss schon, was ihr denkt... Das dachtet ihr! Wieso sind das nicht einfach eine Münze, Mensch? Oh, jetzt auch noch eine... Äh... Ja... Egal, egal... Hol uns noch! Was auch immer! Aber wir holen uns uns... Gute Musik übrigens! Wollen wir nun mal so anmerken! Oh... Aber... Sag mal so! Äh... Heia! Und heia und ich den Grün-Stern da drüben! Aber komm nicht hin, das ist ein bisschen scheiße! Wie springer schon wieder! Ja... So wieder! Wir machen Regnerblatt! Mit A! Wir machen A! Mit... Nö! So Lea B! Ja... Wir müssen wegen der Rückstassen so... Mh... Hör auf damit! Ja, das ist so nachvollziehbar! So ein scheiß blauer Funky-Con, Mensch! Mach dann noch blaue Schlümpfe und kann dabei ganz! Ja, ich kenne das Problem! Und Otto kennt es auch! Mit dem blauen Schlümpfe, obwohl die bei ihm waren, aber noch ein bisschen... Äh, wir sagen ja das am besten! Äh! Sagen wir, von meinem Ufer, genau! Mein bisschen... Guihim-like! Hol ich mir das Leben noch! Und dann ganz flotte Karotin! Den grü... Nen Stern! Wow! Nö! Wieso! Nö! Wieso! Ich will doch nur! Ich will doch nur! Wieso geht das nichts? Was war das gerade? Ich kann nicht mehr schütteln, Freunde! Hä? Hä? Hi? Oha! Was hat das gerade? Was hat das für eine Scheisse? Schütteln ab, was ich noch nie erlebt! Seht ihr jetzt glaubt sauer, aber Freunde! Schütteln aus dem Betrieb gibt's bei uns nicht! Aua! Mann, wie ist denn jetzt zwei? Das ist doch fies, Mann! Ich hab dir doch nichts getan! Juhu! Und jetzt so wenig soo! Das ganze ist schon ein bisschen mehr im Verhandlung. So aber nichts! Und so aber nichts! Na klar! Die Schnappen zu wohl noch kilometerweit weg bin! Ja, so eh, der da! Hallo! Und weg bin ich! Ja, man, so scheiß ich komme immer mal! Du kümmerst dich nicht darum, nein! Du bist voll der Arsch, Mann! Hey, jetzt mal ganz locker, ja? Take it easy, Alter! Take it easy! Jetzt hol ich mir trotzdem noch mal, sicherheitshalber! Jetzt mal in die Wolke und dann natürlich noch das Leben, weil ich will ja nichts riskieren. So, was war alles das gerade? Ja, jetzt geht's bitte. Vor allem bin ich den Hang runtergerutscht, konnte keine Wolken machen, Wix drehen ging auch nicht. Ja, super. Hauptsache wir haben auch den letzten. The last one! Yeah, yuhu! Neuer Grünsturm, Galaxie komplett! Cool! It's very, very nice! So! Die haben nichts zu sagen. Ein Zahl nimmt 148. Kein Bock! Gibt es sonst noch was grossartiges zu tun oder Veränderung? Na klar! Rote Loomers gibt's, aber keine roten Sterne! Mhm! Die sind voll rassistisch gegenüber Mario, aber egal! Kurz gucken! Welt 1 seht ihr alles komplett! Alle Sterne, alle Kometemünze, gute sowieso! Aber jetzt alle gelben Sterne, alle grünen Sterne, wir haben alles komplett! Jetzt also nachher zu Welt 2, dann Welt 3, Welt 4, Welt 5, Welt 6 und scheisse Welt S noch! Jo, ich habe noch einiges zu tun, so wie es aussieht! Oh ja! Äh, vielleicht hören wir mal so auf! Die ersten 4 Galaxien einer Welt haben immer 3 Sterne! Seht ihr das? Das sind immer die ersten 4! Hm, Wahnsinn! Und hier unten in der allerletzten Galaxie, oder Welt, nicht Galaxie, da gibt es dann überhaupt keine grünen Sterne mehr! Finde ich aber gut, weil sonst wären es 244 Sterne und man kann sich übertreiben! Na ja! Äh, ja! Soviel zu dieser folgenden Aufnahme! Wir sehen uns wieder mal das nächste Mal bei... Super! Wenn wir mal schnell... Was machst du hier eigentlich? Hm, ne weiss was! Ich lasse es mal so! Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Super Luigi Galaxy 2! Green Star Challenge! Oder Luigi? Huya! Er freut sich auch! Und noch ein bisschen... Frühgymnastik! Äh, ja! Mit diesen Worten verabschiede ich mich! Bis zum nächsten Mal! Tschau zusammen! Juhu!